Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Dirt 4. Wir machen heute weiter mit dem nächsten Teil hier aus Australien. Die Strecke hat 8,44 Kilometer Länge. Also nochmal gute 430 Meter länger als, oder ziemlich genau 430 Meter länger als das, was wir gestern zum Abschluss noch gemacht haben. Wenn das überhaupt stimmt soweit, was ich gerade erzähle. So, müsste eigentlich, wir sind jetzt in Folge 6 zum Aufnehmen. Ist egal, kann sein, das war auch, was letzte Woche war. Egal, passt schon. Ich werde die Tage zumindest hochladen, weil ich muss jetzt so viel vorbereiten, allein wegen dem Urlaub jetzt, ne, weil ich jetzt quasi 8 Tage weg bin, bar, wie auch immer. Ne, war, ne, das kommt zur Stadt in die neue Woche. Das kommt, heute ist Montag, glaube ich, wenn die Folge kommt. Wir sind quasi wieder auf den Rückweg, wenn diese Folge rauskommt, oder sind schon wieder zurück. So rum ist es richtig. Naja, schauen wir mal. Uh, der Nebel macht es natürlich um einiges schwieriger bei der Strecklänge. Ich nicht, höre geil. Ja. 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 Ich werde wahrscheinlich mal 8 Sekunden. ein bisschen aufpassen, dass wenn ich da rumfliegen, überfliegen, bewegischen. Begge spiegelt es jetzt ab. Links 4, links, in links 2, rechts 2, links 3, rechts 4, in offene Kehle links, lang, durchsenke, Nicht schneiden, in rechts, 6 Links halten, überpuppe Rechts 5, 60 Links 5, rechts halten, überpuppe Links 6, in offener Kehre Rechts, lang, durchsenke Links 4 Rechts 3 In links, 2 Rechts 3, rechts schneiden In links, 2, durchsenke Aber In rechts halten, durchsenke Links 4, überpuppe, rechts schneiden Rechts 5, links 6 Offener Kehre links, innen halten Nicht schneiden, 60, überpuppe Links 5 Rechts 3, nicht schneiden, 90 Grad rechts Rechts 4 Links 5 Links 6, kuppe, senke Rechts 6, links 6 Rechts 5, kuppe, nicht schneiden Links 6, 130 Links 5, links 3, überpuppe Rechts 6, überpuppe, rechts schneiden Rechts 6, überpuppe, 60 Links 6, durchsenke Links 4, überpuppe, durchsenke Moment, alles positiv, grünen Das ist das Gute Vorstell 32, noch halb Sekunden, also fast Mittig halten, überpuppe, 60 In offener Kehre, rechts, lang 60, durchsenke Links 3, überpuppe, 60 Mittig halten, überpuppe 80, durchsenke Mittig halten, übersprung, 60 Rechts 6, 60, durchsenke Links 3, rechts halten, überwälde, Sprezzwasser Links 3, durchsenke Mittig halten, überpuppe, 60 In offener Kehre, rechts, lang 60, durchsenke Links 3, überpuppe Links 6, durchsenke Links 4, überpuppe Durchsenke Links 6, mittig halten, überpuppe Rechts 6, in links 5 110, überpuppe Rechts 6, links 6, überpuppe 2, überpuppe, rechts schneiden Rechts 5, links 6, unter Links 5, links 3, überpuppe Rechts 6, überpuppe, 60 Rechts 6, 60, durchsenke Links 3 Rechts halten, überwälde, 80 Überwälde, sofort auf der Kehre, rechts, innen halten Rechts 6 So, jetzt war vor der Abschnitt, wir sind fast am Ende Links 6, auf der Kehre links, innen halten Rechts schneiden, 60, überpuppe, 80 Überwälde, sofort auf der Kehre rechts, innen halten Rechts 6 Links 6, auf der Kehre links, innen halten So, die Minute haben wir geknackt 60, überpuppe Links 5, rechts halten, überpuppe, links 6 In offener Kehre rechts, lang, durchsenke Links 4 Rechts 3 In links 2 Rechts 5, nicht schneiden Links 4, nicht schneiden 90 Grad rechts, 100 Links 6 So, geht's los 60, überwälde Boah, das war klar In links 6 Bis Ziel Alles klar, langsam Noch mal 10 Sekunden geholt Noch mal eine Zeit, noch mal eine Zeit geholt Das ist sehr gut gelaufen Tolle Wertungstrüfung, gut gemacht So, da geht's jetzt noch mal rein In den letzten Teil 4,7 Kilometer Und da geht's jetzt noch mal ein bisschen Lass mich zu ihr ausprobiert In der letzten Teil So, gut. Die Farbe wird sich ganz komplett. Den letzten Teil sehen wir uns nämlich morgen an. 3,49. 4,3,49. Obwohl wir machen, es kommt nicht. 1, los. 3,49. Das ist viel schneller als die Zwischenzeit. Durchsenke. Mittig halten. Über Kuppe. 60. Rechts 6. Links 5. Über Kuppe. Rechts 6. Kuppe. In links 6. Durchsenke. Rechts 5. Links 4. 90 Grad. Rechts 100. Rechts 2. 2. Links 3. Rechts 4. In offene Kehre links. Lang. Durchsenke. Nicht schneiden. In rechts 6. Links halten. Über Kuppe. Rechts 5. In links 6. Durchsenke. Links 4. Über Kuppe. In links 6. Durchsenke. Brunnen 50. Kuppe. Sofort. Rechts 2. Nicht schneiden. In links 1. Rechts halten. Über Kuppe. In links 2. Lang. Achtung. Kuppe. Sofort. Rechts 1. Runter. Rechts 4. Links 1. Rechts 4. Welle. Senke. Rechts 5. Über Welle. Links 5. Rechts 6. Rechts 6. Links 4. Rechts 3. Links 6. Über Kuppe. Durch Tor. 80. Kuppe. Senke. Rechts 6. Rechts 4. Knapp das Ding. Durchsenke. Mittig halten. Über Kuppe. Links 6. Über Kuppe. 2. Über Kuppe. Rechts 5. Links 6. Links 6. Kuppe. Senke. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Kuppe. Links 6. Durch Tor. Rechts 6. 60. Durch Senke. Links 3. Rechts halb. Über Welle. Rechts 5. Nicht schneiden. Links 4. Nicht schneiden. 90 Grad. Rechts. Links 6. Offene Kehre links. Innen halb. Rechts 5. Nicht schneiden. Links 4. Links 5. Rechts 4. links halb. Durchsenke. Rechts 2. Durchsenke. Links 3. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenke. Links 4. Über Kuppe. Nicht schneiden. In links 6. Durchsenke. 100. Links 6. Kuppe. Senke. Rechts 6. Links 6. Rechts 5. Kuppe. Nicht schneiden. Links 6. Durchsenke. Links 3. Rechts halb. Überwenden. Links 5. Nicht schneiden. Rechts 3. 90 Grad rechts. Rechts 4. Links 5. Nicht schneiden. Bis 10. Jo. Dann haben wir das auch geschafft. Okay. Fahr zum Marschall. Das war das letzte Rennen für heute. Dann fehlt es noch ein Teil. Und das sind diese 10 Kilometer noch, die wir uns dann morgen angucken. Perfekt. Super Ergebnis. Gut gemacht. 2,54 sind wir gefahren. So. Ja und diese 10,35 Kilometer, die sehen wir uns dann im nächsten Part an. Und dann freue ich mich, wenn ihr wieder einschalten würdet bei Let's Play Dirt 4. Und dann mit der letzten Folge dieser mega Aufnahmesession, die wir heute noch ein bisschen vorführen werden. Bis dann. Tschüss.